Hallo Leute, ich grüße euch und ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe von Ein-Loop-Zwischendurch. Ah man, mit meinem Spezialgast Feevin Futo wieder heute. Achso, ich dachte, du warst den Futomaki-Gag noch mal. Futomaki! Ah, toll. Ist das Ding überhaupt an? Natürlich ist das an. Man hört das Kabel noch. Super, okay. Mehr Rhythmus. Ja, okay. Ja, das ist doch schön. Ein bisschen mehr Rhythmus. Ja. Versteht kein Mensch. Ever, ever, ever. Geben Sie mir noch mal einen Ton. Oh, okay. Wie wäre es mit einem Haar? Na gut, was ist denn? Okay. A gut, das ist, wenn jemand nicht so, wie wäre es mit einem personal puedo. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020